Hallo! Heute möchten wir LOL Surprise Domino spielen. Auf geht's! Hier, Sarah, du bist dran. Hier. Das passt. Oh, Sarah. Sarah, äh, Natalie. Passt nicht. Genau. Auch nicht. Das musst du auch nehmen. Natalie? Passt nicht. Schon wieder. Auch nicht. Was? Sarah, du bist dran. Guck mal. Fast! Hier. So. Fantastisch. Passt nicht. Er da. Nein, Sarah. Du bist dran. Hier. Gute Pusche. Danke. Sarah, du bist. Passt nicht. Natalie? Pass auf. Schade. Das passt. Oh, guck mal. Das ist voll. Hier bist du. Sarah, du bist ganz schön. Wie geht's? Das ist voll. Ja. Guck mal. Ja. Ja. Hier geht's. Hier geht's. Sarah. Ja. Du musst eins nehmen. Passt nicht. Nein. Das musst du auch sammeln. Das passt. Das passt. Ja. Gut gemacht. Das passt nicht. Doch. Hier. Das passt hier. Das passt auch hin. Ja. Ja. Passt. Das passt nicht. Das passt nicht. Hm. Welche soll ich nehmen? Ja. Passt nicht. Sarah, du bist. Was ist das? Nein! 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 Ah doch! Perfect! Natalie, du bist. Passt nicht. Doch, doch! Ich bin dran. Ich nehme diese. Das ist die Wirbel. Nein. Äh, ich habe die letzte. Passt. Nein! Passt nicht. Und ich habe die letzte Karte. Die auch nicht passt. Der, der die wenigsten Katten hat, ist der Gewinner. Ich zähle für euch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Gewinnerin ist... Sarah! Juhu! Super! Gut, Sarah! Gut gemacht! Tschüss! Tschüss! Bye!